Oh, Full-Equipter, oder? Full-Equipter! Schießen? Weiß ich nicht, sag du! Wie soll ich das denn treffen? Ja, nein? Ja, wir müssen die ja nicht töten. Nur ohnmächtig schießen. Oh, ich hätte jetzt gerade eine Chance gehabt, aber... Wo sind die denn? Straße weiter. Weiter gelaufen, die Straße! Mann. Er schwitzt. Wollen wir ihm helfen? Rede du mit ihm, ich aim ihn ab, okay? Okay. Dieses kleine Camperhaus, da ist er. Ja, da ist er drin, da muss er drin sein. Ja, warte, ich hab doch Granate! Oh, das wär geil, Alter! Du hast recht, was machen wir mit dem? Fragen, was ihm geht. Hallo? Oh je. Das wird ja was. Alter, der ist einfach weg. Das wird jetzt was. Hallo? Hallo? Mach mal auf, warte mal. Hallo? Der ist neben dir, der ist neben dir! Wow, was macht er denn? Hallo mein Freund. Kannst du mich hören? Ich bin ein Mikrofon. Hallo? 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 Ich höre dich. Ich höre dich. Kannst du mir helfen, bitte? Was du brauchst? Was du brauchst? Ich bin sehr hungry. Oh wirklich? Oh wirklich? Okay, warte. Wollen wir ihm helfen? Hier mein Freund. Hier mein Freund. 2 Paprika. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Du bist willkommen. Wenigstens leckt die Stimme nicht, ne? Ja, ja. Das ist das einzige, was hier nicht leckt. Behind you is another one. On the ground. Hier, hier. Luke, dies. Die Screen. Hä? Ich finde es schön, wie das so in Zeitlupe ist. Da sieht man eine richtig geile Animation, Jay. Aber sowas von, oder? Ah, jetzt. So, der sieht das. Ah, nice. Ja, dann komm, lass weiter. Okay, good luck, my friend. See you. Dos vidanje. Vaka. Oh je. Oh man, das ist eine Katastrophe. Der Arme, ey. Warte mal, hier läuft ein Bambi bei mir rum, bei der Tankstelle. Gehört der zu euch? Nee. Nein, nein. Wir können nämlich, hinten ist so ein Bauernhaus mit einem Brunnen nebendran. Den Berg rüber. Du kannst auch mit Wasser waschen. Du hast doch Wasser. Du hast das Schaf voll in den Rücken gestochen, ne? Hier, ich hab noch Wasser. Hier, abgelegt. Hä? Wie viel was brauchen das Ding? Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ja, weil das so leckt, ne? Oh Gott. Was ist? Oh, das... Ich hab ein Stück gegessen, aber ist nicht schlimm. Hm, ich glaub du bist krank. Ach, geht schon. Als ob da jetzt ein Spieler noch was ist. Das ist ein Spieler. Ich komme. Ich komme, ich komme. Zu den Häusern rüber links. So ein Feldweg. Okay, ich komme. Er hat die Waffe weggelebt. Oh, ist er friendly oder was? Er ist friendly, ja. Wieso sehe ich euch nicht? Hallo. Bin ich vorbei gelaufen? Hä? Ich finde euch nicht, ey. Ey, pures Chaos, ne? Ach, da. Ich bin viel zu... Hello, my friend. Nice. Oh, full equipped, oder? Full equipped. Schießen? Weiß ich nicht. Sag du. Wie soll ich das denn treffen? Laufen zurück. Das trifft man nicht, wenn das so laggt. Echt? Schießen? Ja, nein? Ja, wir müssen die ja nicht töten. Nur ohnmächtig schießen. Oh, ich hätte jetzt gerade ne Chance gehabt, aber... Wo sind die denn? Straße weiter. Weiter gelaufen, die Straße. Soll ich ihm das Bein brechen irgendwie? Weiter, 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 Leute. Ja, ich bin rausgeflogen. Ach, doch nicht jetzt. Und mein Charakter sitzt da noch. Ja, das macht er jetzt erstmal nichts. Oh, er zielt. Luzi, Hilfe. Ja, ich darf doch schon... Wo ist er denn? Ich hab mich da getroffen noch einmal. Er werde ich sehen. Och, er leckt weg, er leckt weg. Ich hab mich einmal getroffen, der muss sich verbinden, Luzi. Die sind zu zweit, denk drin. Boah, die lecken hart. Was seid ihr denn? Ich schieß auf den. Ja, ich spiel. Ich joiner immer noch rein. Oh, das leckt so hart, ich treff das nicht. Kriegen wir hin. Wahnsinn. Wir müssen auch den mit dem Motorradhelm mit dem gelben zielen. Der andere hat keine Waffe. Seid ihr immer noch da auf der Straße? Ja. Okay, bin drin. Unbedingt den mit dem gelben Motorradhelm zuerst killen. Er schießt Luzi. Weg mal. Ich treffe ihn nicht. Er leckt. Scheiße. Ich blute einmal. Hab einen. Ich hab den... Na, knapp. Der zweite glaube ich nicht. Ich messe den jetzt, Mann. Er hat mich schon wieder getroffen. Ich messe ihn jetzt. Ich bin tot, Leute. Was sollen wir machen? Es leckt hart. Boah, Alter. Wir können nichts machen. Er hat für das leckt übelst, Mann. Oh, okay. Ja, gut. Das ist ein Argument, ja. Hab ihn. Ich hab ihn gemessert. Ich hab ihn angeschossen, während du geschlagen hast. Ich hab ihn gemessert gerade. Musst du aus meiner Sicht sehen, dann siehst du es. Ja, gut. Ich glaube, es macht doch den Server zu wechseln, oder? Hab ich die ganze Zeit gesagt. Ich hab nichts getroffen. Jetzt bin ich auch tot, ne? Jetzt ist es wieder... Naja. Ich hab nichts getroffen, einfach. Naja. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Übelselekt. Der hätte ihn niemals töten können. Übelst, ne? Wenn... 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 Wenn die... Der hätte ihn ja beide den Locker gekillt. Ja, klar. Bei dem Ziel gehabt gerade. Oh Gott. Halt wie das geleckt hat, ey. Ja gut. Selbstmord und zu selber wechseln, oder? Selbstmord? Naja. Ich töte mich nicht. Ach, morgen wird eh gelöst. Einfach ausloggen. Ach stimmt. Man kann ja einfach ausloggen, ne? Hier ist der zweite, Luzi. Ja lass das Loot noch mitnehmen, dann kann man es rübernehmen. Oh, das ist nicht mehr so. Ja und der hat jetzt... Stimmt doch, Luzi hat recht. Das geht ja. Ja eben, oder? Das geht ja bei Offi. Ja ja, deswegen. Dann nehmen wir für dich die Scheiße hier noch mit und dann... Stimmt. Ey Leute, ich mach ganz kurz Pause. Okay, bis gleich. Jojojo. Gut gemacht, Jay. Wir lassen einen anderen Server nehmen. Fertig. Hast du Apfel schon gelootet? Nee, noch nicht. Müssen wir nur die BK von ihm mitnehmen. Ich hab... Du hast doch großen Rucksack, den kannst du bei dir einen Rucksack reinpacken. Der Rucksack ist full, man. Oh, du hast Blaze jetzt. Jaaa, aber die will ich nicht. Ich mag die nicht. Scheiße. Ähm... Gut, ich könnte ihm die Blaze geben. Dann kannst du Apfel ja geben. Ja. Und was ist mit der BK? Ja, ich hab keinen Platz, Bruder. Ich auch nicht. Kann andere Roller noch mitnehmen. Ich auch nicht. Ich hab gar keinen Platz hier. Die Scorpio hat er auch noch. Alter, jo. Apfel, hilf mir Mann, hilf mir. Scheiße. Du schießt auf den? Ich hab Angst. Er legt irgendwas hin. Was macht er? Er macht sich nackt. Ich hatte Angst. Okay, tut mir leid, Mann. Sorry, Digger. Sorry. Ich wollte nicht schießen. Tut mir leid. Warum legt er alles ab? Was macht er? Ich weiß nicht. Er ist friendly. Was tust du? Was tust du? Was tust du da? Wo geht er hin? Er geht nackt weg. Er ist nackt. Luzi, ich sterbe gleich. Gib mir Essen schnell. Nimm auf den Boden schnell Fleisch. Uuuuh, was ist hier los? Oh Gott. Nimm. Oh Gott. Wer ist es? Bewaffne dich. Mach doch was. Er rennt einfach nackt weg. Was war mit ihm falsch? Er ist nackt. Lol. Ich Idiot. Schieß noch auf ihn. Er ist nackt. Ja. Achso. Oh mein Gott. Er ist nackt. Ich nehm die Pistole. Du nimmst die SKS, okay? Äh, ich kann doch die Mosin nehmen. Oder ich im Repeater und du Mosin. Oder? Was willst du nehmen? Mosin hab ich schon. Okay. Gönn dir was du möchtest. Nimm die warme... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komm auch gar nicht klar gerade. Oh mein Gott. Hier die Mosin-Money lass ich dir drin. Was ist denn ihm? Ich weiß es nicht. Ja der spielt wahrscheinlich nicht mehr. Hat er das Zeug abgegeben. Aber der rennt. Der spielt da heute. Der kann nichts damit anfangen der Kerle. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja ja deswegen. Der rennt nackt weg. Verstehst du das? Übel. Ist doch geil. Jetzt habt ihr was zu essen und equipt. Ja aber da keine Medis ne? Boah. Der hat uns echt gerettet gerade der Kerl. Schon ein bisschen. Das ist ein Spieler ja? Scheiße ich bin glitched. Ich muss nicht kurz ausloggen Dutzi. Mach das, mach das. Ich versuche hier irgendwie die Stellung zu halten. Okay? Oh mein Gott. Genau jetzt habe ich den glitched. Ist immer so gefühlt. Ja ja. Bleib da. Du bist safe. Du bist safe. Alles wird gut man. Wo genau seid ihr jetzt? Mogilevka beim Brunnen. Okay. Da ist ein Spieler Jay. Oder bist du das? Nein, nein, nein. Ich bin es nicht. Ich versuche jetzt so schnell möglichst da hinzukommen. Ja man. Okay, okay. Wir sind hier noch ein bisschen beschäftigt, wenn der ein Spieler ist. Jetzt gucken wo ich mich am besten positioniere. Luzi 8 Sekunden. Weißt du wo der Typ ist? Irgendwo in diesen Komplex wo der reingerannt ist. Der ist nicht. Okay. Wieder weg. Okay, dann chill dich mal kurz hier in dem Bus-Häuschen. Okay? Da ist immer wieder in der Hauptstraße irgendwie. Hab ich irgendwas in Bewegung gesehen? Ja. Beim roten Tor habe ich irgendwas gesehen. Geradeaus zu. Läuft ihr zu den Bauernhöfen? Ich habe keine Ahnung. Beim roten Tor hier vor uns. War gerade. Ich bin auch schon losgelaufen. Ah, hier ist es nicht falsch. Und links Richtung Brunnen. An der roten Mauer jetzt. Ja. Oh shit. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Unauffällig bleiben. Ich bin im Busch. Er sieht mich nicht, oder? Ich sehe ihn laufen. Er ist hinten bei der Apfelplantage jetzt. Geht er also weg? Vielleicht läuft er mir in die Arme. Die Apfelplantagen, Luzi. Okay. Jay? Wir hinten aufrücken. Ich laufe schon. Ich laufe schon. Ja man. Let's go Jay. Wir machen das, Mann. Vor mir. Oh fuck. Aimt der? Oh, er redet, Mann. Er schwitzt. Der ist krank. Wollen wir ihm helfen? Redet du mit ihm. Ich aime ihn ab, okay? Okay. Hello? Hallo, hey. Ja, du kannst mich hören. Hallo, französisch. Hallo, französisch. Ja, französisch. Bist du Englisch? Bist du okay, Mann? Ja, ja. Nein, ich bin nicht okay. Ich habe nichts zu fesseln, Luzi. Was brauchst du? Kannst du ihn fesseln? Äh, eat food. Ende der Person fesseln. Ja, du klingst wie ein Deutscher. Geh mal hier in das Gebäude rein. Komm hier mit. Ja, ich bin Deutscher. Wenn du kooperierst, helfen wir dir, okay? Okay. Okay, Shubi. Geh ins Haus rein, bitte? Hier rein. Hier rein. Ach, der ist krank, ne? Pass auf, dass du nicht ansteckst. Äh... Habe ich noch Tetra? Danke für die Kooperation. Okay, Luzi. Willst du ihn ausrauben? Ich positioniere mich, oder? Erstmal Tetra für dich. Was hat denn der dabei? Äh, vieles. Warte. Oh, der hat einen Sniper für mich. Oh, der hustet hart rein, ne? Mhm. Nehme ich jetzt aber in Kauf, den Husten. Ich lege ihm noch die Marmelade rein. Ich glaube, ich gebe ihm jetzt schon mal Tetra. Also, ich bediene mich jetzt erstmal bei ihm. Mach das. Und dann, äh... Schaust du, ob er ausbricht? Ne, ne? Oder? Ja, ist gut. Er kooperiert. Okay, okay. Bist du alleine hier? So. Bisschen trinken. Okay. Okay. Ich habe hier Marmelade reingelegt, ne? Alles klar. Ja, wo kriegt man eigentlich bessere Mutti in diesem Scheißspiel? Okay, das war... Okay, der war lustig. Ähm... Im Norden... So, Starry... Was braucht er denn, der Typ? Cabanino Vibor. Okay. Bei Medis hätte ich. Wer erwartet, gebe ich in Medis. Okay. Können wir machen. Bist du fertig, Apfel? Äh... Ich nehme noch weiter... Seine Mosen nehme ich noch. Lutzi, kannst du mir von den paar Mosenpatronen nochmal ein paar zurückgeben? Ja, gleich, oder? Mach mal gleich. Oder jetzt. Äh... Leg doch jetzt schon hin, bitte. Dann habe ich gleich, äh... Im Schulranzen. Im Schulranzen. Okay, den Rest lassen wir ihm, oder? Ein bisschen Essen trinken. Ja, ich habe ihm Marmelade, wie gesagt, noch reingelegt. Okay, super. Was du genommen hast, nice. Achso, ne, dann gebe ich es ihm, warte. So. Okay, alles klar. Okay. Okay, Sir, ähm... Kannst du wieder befreien. Ich habe dir Tetra gegeben. Und ich habe dir noch Marmelade reingelegt, damit du nicht verhungerst. Dankeschön. Bist du denn noch krank, ja? Vielleicht gebe ich ihm noch eine? Ja, noch wieder. Gib ich ihm einfach die letzte? Wo sind die Waffe jetzt hingeglipscht? Kannst du sie wieder anziehen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, die liegt da noch. Er hat echt gut kooperiert und Jay ist auch gleich da. Ja. Haben wir ein bisschen Zeit. Ja, aber der ist doch krank. Der braucht doch Medis, oder nicht? Ja, ja. Die Moselnmoni, wo ist denn die? Im Schulranzen, die Apfel. Ah, okay, okay. Danke. Hä, wo ist die jetzt hin? Ne, da ist nix. Oh, dann ist die Weckelglitsch hier nochmal. Dankeschön. Ich hab das auf dem Boden. Oh, danke. Gerne. Er bedankt sich fürs Ausrahmen. Nice. Wurde ja dafür, dass wir ihn nicht direkt killen. Ne, schon auch wieder. Armee, oder was? Oder Deutscher. Deutscher. Jay, hast du Tetra, ne? Wie viele? Sechs Stück. Drei kann ich ihm abgeben. Warte mal, ich geb den noch auf dem Weg. Aber, Leute, bedenkt doch, wir brauchen auch für uns jetzt Tabletten, ne? Ja, ein bisschen Tetra für deine Krankheit. Vielleicht geht's weg. Weil wir stecken uns bei dem Typen gerade an. Dankeschön. Soll er gehen, Jay? Ja, aber er hätte euch doch nie da mähen können. Oder? So wie es aussah. Nice. Jay, willst du ihm noch irgendwas geben? Oder darf er gehen? Ja, wenn er keine Mäh, die es braucht, soll er gehen. Okay. Ja, wenn du willst, kannst du gehen. Von mir aus. Alles gut. Ich wollte mir ja nur helfen. Okay. Dann danke ich euch. Mach's gut. Tschüss. Kann ich die Waffe hier mitnehmen? Ja, ja, klar. Natürlich. Na klar. Na klar. Weißt du was? Damit du überlebst, ich gebe dir eine Patrone. Damit kannst du ein Tier schießen, okay? Damit kannst du ein Tier schießen, okay? Wir sind so nett einfach. Mit der eine Patrone. Mit der eine Patrone. Dankeschön. Wo seid ihr? Alter. Im schwarzen Haus. Ende der Straße, Jay. Versuchen Reh zu schießen damit. Versuchen Reh zu schießen damit. Viel Glück. Schwarzes Haus, Ende der Straße. Hauptstraße jetzt, Jay. Hauptstraße. Ciao, mach's gut. Tschüss. Am Brunnen, Jay, jetzt. Na, ich glaube jetzt zum Brunnen dann. Na nice Apfel, da haben wir doch noch einen. Ja, läuft. Nice. Perfekt. Geil. Kleiner Cut. Auf mich. Yo. In dem Gebäude da, ne? Ja. Ja. Ähm. Hat einer den Vordereingang? Ich nicht, ich hab Seiteneingang. Das Fenster. Ich hab Zombie A groß. Was für Seiteneingang? Da, wo du hinämst, Apfel. Da ist kein Seiteneingang. Mann, Fenster. Ja, dann geh ich vorne hin, Luzi. Hast du das Fenster weiter im Bild? Ja, na klar, na klar. Okay, ich geh ran. Du meinst dieses kleine Camperhaus, ne? Ja, da ist er drin. Da muss er drin sein. Ja, warte, ich hab doch Granate. Oh, das wär geil, Alter. Hat jemand den Vordereingang im Blick jetzt? Nee. Vordereingang im Blick, Luzi? Nein, seithin. Finster. Warte, äh. Oh, hast du ihn? Ist drin, ist drin. Ist drin. Gibt's. Hab ihn. Ja, wenn explodiert denn die Nate? Die ist explodiert. Hab ich nicht gehört. Krass, Junge. Hast du ja schon gemacht? Er lebt aber noch. Nee, niemals lebt er noch. Warte, 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 warte. Oha, wieso lebt er noch? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Is down. What the fuck? Wie viel schluckt der denn? Oh, weißt du, wie oft ich den getroffen hab? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Junge, wie viel schluckt der? Wow. Ich werd auch mal so viel schlucken können in diesem Game, ne? Ist gefinished. Das ist so unverhältnismäßig schon wieder. Oh mein Gott. Darf ich die Acker haben? Oh mein Gott, ja. Ja. Scheiße, meine Lieblingswaffe. Wow. Heftig. Wie viel hat er denn geschluckt, bitte? Ja, Nate auch, oder? Nate hat er auch noch geschluckt. Wie soll das denn bitte gehen? Krank. Ich hab ihn, ich hab ihn zuerst gewollbankt. Dann hat Chase eine Granate draufgerotzt. Was? Dann hab ich den mit dem M16 getroffen. Mhm. Krank. Wow. Krank. Wirklich krank. Aber der hat ja angefangen zu schießen, von daher. Äh, Jungs, die Granate ist gar nicht explodiert. Ähm. Wie liegt da hinter euch? Alter, ich hoffe, die geht nicht hoch gleich. Da liegt die. Ist die nicht scharf, oder was? Ich hab aber den... Doch, den Stift hab ich gezogen. Warte, Kipp. Geh raus. Ich muss die Waffe nehmen. What the fuck war das? Ich hab doch so gesagt. Hä, ich hab gar nichts gehört. What the fuck? Ich bin mir nicht sicher. Ich mein, ich hätte das wahrgenommen, ne? Dass das Ding explodiert ist. Ich hab nur gehört, er ist drinnen, ist drinnen. Und da kam nichts mehr. Jungs, ich hab aber auch den Stift gezogen, ne? Oh Gott, dieses... Braucht einer von euch ne Repeater noch? Ne, danke. Nein, danke. Das sagst du euch, Jey. Dieses was? Dieses Game manchmal, ey. Dankeschön. Nach diesem Endgegner sind einige Stunden vergangen. Jey ist mittlerweile offline gegangen. Apfel und ich waren noch bis 2 Uhr morgens unterwegs. Und haben natürlich zum Abschluss, wie kann es anders sein, noch diese Situation erlebt, die natürlich nie fehlen darf, wenn Apfel und ich zusammen DDAC Standalone spielen. Aber ich würd sagen, seht selbst. Was ist, bist du tot? Von, 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 äh, von drinnen, glaub ich. Ne. Ja, ich bin tot. Von drinnen durch die Wand durch, gekillt worden. Ne. Mhm. Das ist dein scheiß Ernst gerade, du liegst hier tot auf dem Boden? Ja, vor der Police. Also entweder vom Pianohaus, von der Seite. Aber ich glaub, es kam von drinnen, von der Police, durch die Betonwand durch. Das muss von drinnen kommen. Okay. Der ist im Radio, Mann. Jungen, hast du mich erschreckt. Du hast ja nur 13 Schuster drin. Oh, ich bin auch ganz erschrocken, ne. Ich versuch nochmal hinzukommen. Halte durch, Luzi, halte durch. Ich versteck die Ecke hier erstmal. Ich bin auch erschrocken. Ja, ich auch, Mann. Oh, Mann. Hast du irgendeine Waffe, die vollgeladen ist, Mann? Scheiße. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Der ist übelst aggressiv, ne? Der ist red, red smoke, Mann. Red smoke, red smoke. Red smoke, red smoke. Help me, help me. Ich will fast ihn dann eh wieder. So ziehen. Ich halte ihn ein bisschen hin. Jo. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Hey, da redet er da in der Ingame. Ja, ich? Luli. Oh, Unstable Connection. Ich bin rausgeflogen. Oh, ne, nicht jetzt, ey. Dümmster Zeitpunkt. Ja, immer jetzt, ne? Immer zum dümmsten Zeitpunkt, ey. Jetzt hab ich noch Zombie-Akku random. Ja, geh doch gegenüber uns raus, Mann. Ey, meine Leiche. Yeah, Bro, yeah, Bro. Was ist dein Problem, Mann? Du willst was? Aus, in FAROестиbuz수, red? У Englische aus. Inralor. Englisch? Weyad! Ein oder doos Englisch? Du bist aus Shanghai. Ni hao? Ja, China. China! Ni hao, Mann. Hallo? Du willst mich hören? Nein. Du bist aus China, ja? Ich bin dich. China, China. Woher ich bin? Ich bin aus der Kroatien, Kroatien. Kroatien? Kroatien, yes. Und der kommt anscheinend von China. Und er meint, No kill me, please. No kill me, please. Ja, aber er hat dich umgebracht halt. Ja, den kriegen wir schon. Aber wie hat er mich gekriegt? Durch die Wand durch. Why you shoot, why you kill my friend. Eine Betonwand durch, mit One-Shot. Wie soll das gehen? Oh fuck, ist Sepp genau über mir, glaube ich. Luzi, ich bin fast da vor der Tür. 30 Meter. Ich komm, okay. Why you shoot, why you shoot, why you kill my friend. Hör mal auf dich zu minuten, man. Wir sind in PvP. Ich rede mit dem. Ah, lol. Ich hör dich schon, alles gut. Wo bist du jetzt gerade? Im, ähm, wenn du Tür reinkommst, links die nächste Tür. Police? Ja, ich bin drinnen. Oh, jetzt kommen Zombies, das gibt's nicht. Ich könnte dir MP5 geben von dir. Er kommt runter, er kommt runter. Die Zombies einsperren, oh man. Der ist voll grün. Der ist auf der Treppe, der ist auf der Treppe, ne. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. What is your plan, man? You are friendly or not? Wieso kommen da so viele Zombies jetzt? Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ja, pass auf, ne. Ich seh dich, ja. Ich hock da hart drin. Er hat von da oben runter geschossen. Ich komm nicht runter, Mann. You kill my friend. Lenk ihn ab, Luzi. Lenk ihn ab, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. I'm not go, you kill my friend. Ja, ich rede mit ihm. Why? You shot my friend in the fucking head. Your friend? My friend is dead, because of you. That's your friend. I'm so sorry. Leute, da vorne. Sorry, you killed him. He's dead. Jetzt aber wo ist der Typ? Oben, irgendwo im ersten. Ich komm rein, ich komm rein. Ach du pass, oh ja, pass auf. Äh, äh, die AK ist leer fast. Hallo Apfel, die AK ist fast leer. Hä, da ist noch von einem Schuss drin. Why you shoot? You are Shiner number one. Ich bin ready. Ich riskiere, ok? Really? Äh, der ist, äh, der pisste, glaub ich nur. Warte, warte, warte. Alter. Ich seh ihn nicht. Wo ist denn der? Irgendwo über uns, bei diesem Maschinen-Ding, oder? Shit, alter. Ich weiß es nicht. Wo sind die FP5 jetzt? In meiner Hand. Ah, ok. Brauchst du die? Ja, du brauchst die auch. Nee, ich hab Pistol. Nee, behalte du. Behalte du. Oh Gott, wir dürfen uns nicht gleich einen Weg stellen. Der ist irgendwie rechts, hörst du das? Über uns, glaub ich, oder? Nicht über uns, meinst du? Kann auch sein. Oh, da oben kann er sein, warte. Hast du ihn gesehen? Ich push rein und mach gleich rechts, ok? Ok, ich push rein und mach links. Safe, links. Wo bist du jetzt? Links bin ich. Alles safe, links. Shit, shit, shit. Großer Raum auch safe. Ich bin im großen Raum. Ich guck hinten. Ich guck Treppe, dass er nicht runter pusht. Safe, ok, ich aim Treppe ab. Ok, alles safe. Ich hab oben das Haus im Visier. Er ist über uns also. Äh, oben Treppenhaus, ne? So das Geländerstück halt. Ja. Wo wir es oben runter schießen können. Ich bin das. Oh, der ist so schnell ich. Oh, shit, alter. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? MP5 ist nicht so gar... Durch die Wand wieder. Durch die Wand wieder durch. Cheater. Safe? Ja. 100%. Ich bin wieder in der Nähe gespawnt. Ich bin wieder in der Nähe gespawnt. Ich kann wieder kommen, Luzi. Halt die Stellung. Ok, ich halt die Stellung, Bruder. Wie macht er mich immer durch die Wand durch? Ist das eine Revolve, was der hat? Er hat mich durch die Decke erschossen. Ich auch? Das ist echt ein Hacker. Es ist ein Cheater wieder. Typisch, ne? Er hat mich durch die... Wie das erste Mal, wo wir weiter gespielt haben. Wieder das gleiche Mal. Ja, er hat mich durch die Decke... Ich bin tot durch die Decke. Ja, durch die Decke. Cheater wieder. Durch die Decke, der Chinamann. Oh mein Gott. Ich pushe dahin. Ich bin in der Nähe gespawnt. Hacker in der Daisy-Standalone-Apfel. Also du warst das gerade noch mal da? Der hat dich durch die Tür noch mal, oder was? Ja, wirst du dann im Video sehen. Ich schneide es mit rein. Ja, ich würde es auch gerne wissen. Ähm, ja, also... Ich habe ihn gerade eben draußen gesehen. Da hat er auf mich gezielt. Ich bin die Treppe hochgelaufen. Da hat er mich von draußen durch die Betonwand, nach oben durch die Decke durch, erschossen. Krass. Und das ist ein Daisy-Standalone-Ende mit dir? Heute? Ja. Heute? Das war jetzt ein Abenteuer mit dir und Che, oder was? Ja, das muss so enden leider, ja. Mit einem Hacker. Gut. Die Sicht von Apfel seht ihr dann bei ihm. Link in der Beschreibung. Kleiner Cut. Ich werde nochmal am Geschehen des Ortes, am Ort des Geschehens so... Yo, Dude. Hallo. Hallo. Hast du Zeit für ein Interview? Hast du Handgranaten bei deiner Leiche? Nee. Das wäre jetzt eine Sache, oder? Hast du Zeit für ein Interview? Hallo, Dude. Der Friendly-Typ hat eine gelbe Feuerwehrjacke und einen Revolver. Okay. Und ich glaube auch einen Feuerwehrhelm. Hey, hast du Zeit für ein Interview? Hallo? Hallo? Ni hao? Ni hao? Ich glaube er amt auf mich. Ich höre es in Atmen. Ist er oben drin? Ja, ganz oben im mittleren Raum. Im Großen. Sitzt er. Bad Pingen, oder? Ah, der hat versucht, dass du eine Mauer zwischen dir und ihm hast. Ah. Yo, go. Yo, listen. Do you have time for a Interview? Ich verstehe halt kein Englisch, leider. Ich meine, ich könnte meinen Google-Übersetzer benutzen, aber... Musst du sagen, Deiner Number One. Durch die Tür, Warnshot, Dad. Und so endet mal wieder ein weiteres Abenteuer hier in der Daisy Standalone auf einem Public-Server. Die Server kann ich euch jetzt leider nicht verlinken, denn es war wirklich einfach öffentliche Server. Grüße gehen raus an Jay und Apfel. Die Links zu den Kanälen findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Und auch die Sicht von Apfel packe ich euch da irgendwo rein. Ansonsten danke ich euch fürs Zugucken und ich hoffe, euch hat das kleine Abenteuer hier im Trio gefallen. Checkt gerne den Livestream-Kanal von mir aus auf Twitch, da erlebt ihr das dann direkt live und ungeschnitten. Und sonst auch meinen zweiten YouTube-Kanal, wenn ihr Bock habt. Die Links auch ebenfalls in der Videobeschreibung. Ansonsten, Leute, danke fürs Abonnieren, danke fürs Kommentieren, danke fürs Zugucken, danke fürs Videobewerten. Bis zum nächsten Livestream oder zum nächsten Video. Euer Lütsi und ciao. 1 1 1 2 2 2 cm